Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zur neuen NHL-Folge. Jawohl, wie bei Animal Crossing gibt es auch bei NHL ein kleines Problem mit der Audiospur meiner Stimme, denn die Elgato hat sie verschluckt und ich weiß leider noch nicht, woran es liegt. Ich hoffe, ich finde den Fehler bald raus, denn sonst habe ich ein Problem, denn dann, glaube ich, passiert das mit mehreren Folgen, was sehr schade wäre. Genau, bei NHL betrifft es aber nur Folge 105 und Folge 106. Mir ist nämlich direkt danach bereits aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt mit dem Ton. Genau, ich wünsche euch jetzt viel Spaß in der Folge und wir sehen uns dann am Ende der Folge wieder. Bis dahin, aber viel Spaß bei der Folge. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Bis dahin, bis dahin. Bis dahin, bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Anaheim. Vielen Dank. 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 12 minutes 52 seconds. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 zuschauen, sag bis morgen. Nicht vergessen, NHL kommt jetzt täglich und bis dahin, bleib gesund. Ciao mit V. V.